hallo und willkommen bei einem weiteren tutorial c++ es geht wieder um eine zuschauerfrage und zwar wurde ich gefragt was denn der unterschied zwischen einer adresse einem zeiger und einem feld darstellt ja das eigentlich schnell zu beantworten wir wissen ja wir können in c++ variablen definieren int zahl ist zum beispiel eine variable die heißt zahl und ist vom typ integer für den compiler ist das nur lege bitte eine 4 byte speicher an und das benennt mit zahl und wir sind da jetzt in der lage über den bezeichner zahl praktisch mit diesem speicherplatz zu arbeiten und es auch schon alles hinter dieser variabennamen hinter diesem variabennamen steckt letztendlich eine adresse das heißt wenn wir jetzt den speicher betrachten das mache ich mal kurz so dann haben wir hier praktisch den speicher die einzelnen speicherzellen das was ich hier mit balken jetzt praktisch eingrenzen links und rechts ist so ein speicher segment das entsprechend 32 bit groß ist oder auf einem 64 bit system 64 bit groß ist je nachdem ich tue mal so ich wäre jetzt auf einem 32 bit system betriebssystem und dann würde so ein speicher segment 32 bit groß sein und was der compiler macht ist für diese adresse zum beispiel irgendwie so was komisches was jeder schon gesehen hat das letztendlich nichts anderes wie eine hexadezimale zahl zu 468 hinter dieser hexadezimale zahl das eine speicheradresse ist steckt ja gut das steht praktisch für eine adresse in der speicher segment ist und damit wir nicht mit solchen komischen zahlen arbeiten müssen haben wir natürlich bei höheren programmiersprachen den vorteil dass wir diesen speicher segmenten einfach bezeichner geben können über die wir darauf zugreifen stellt euch vor ihr wollt auf google de gehen und da merkt euch auch nicht die ip-adresse hinter jedem domain steckt eine ip-adresse eine eindeutige nummer die für einen rechner im internet steht und wir wählen die rechner ja auch nicht anhand der ip-adressen direkt an sondern über die namen über die bezeichner und hier hinterher muss man sich das genauso vorstellen so das heißt zahl letztendlich steht eigentlich für eine adresse und zwar willkürlich für irgendeine je nachdem wo grad im speicher und steck speicher letztendlich arbeitsspeicher kann man sagen gerade ein speicherplatz frei war dort hat sich beim programm start natürlich das betriebssystem speicherplatz für unser programm reserviert und uns speicherplatz zugewiesen und unser programm hat ein integer reserviert von 4 byte größe standardmäßig ist ein integer nichts anderes wie ein speicherplatz von etwa 4 byte ich sage etwa 4 byte weil es sein kann dass ein integer bei einigen system sogar acht byte groß ist das ist abhängig vom compiler wie dieses wie der entscheidend entsprechend implementiert ist und das eigentlich nur für eine befehle an den praktischen an den brems an betriebssysteme dass er bitte doch 4 byte speicher reserviert dass er dann entsprechend mit zahl ansteuern kann das prinzip system total entsprechend wie groß ein programm ist und wie viel speicher wir brauchen entsprechend zu viel speicher reservieren so punkt 1 punkt 2 wie gesagt hinter jeder speicheradresse jede für jedes speicher segment gibt es eine eindeutige adresse und das ist eine adresse fertig also das ist eine speicheradresse und das ist eine variablen name wann wir haben in der regel mit dieser komischen adressen überhaupt nichts zu tun es sei denn da wie ich ja gesagt habe für jeden speicher segment gibt es eine adresse und da wir mit diesen adressen nicht arbeiten wollen und es uns einfach machen wollen haben wir bezeichner die wir wählen können und über den bezeichner arbeitet mir das heißt hier habe ich jetzt ein integer zahl reserviert definiert deklariert und definiert das heißt für dieses programm ablauf habe ich jetzt eine zahl mit der ich arbeiten kann wenn ich aber während das programm läuft noch zusätzliche variablen deklarieren möchte beziehungsweise mehr speicherplatz brauche für fälle wie diese hier dass ich sage ich habe jetzt kein int zahl sondern ein feld zu fällen kommen mir gleich ich habe jetzt ein int array beziehungsweise array ist auch statisch ich mache meinen vector vector int vector ist nichts anderes wie ein dynamisches array im groben kann man sich das so merken dabei bleiben wir erst mal und standardmäßig ist die deklaration dieses arrays jetzt größe 0 das hat null elemente ist also im speicher nicht wirklich groß aber ich kann dynamisch während des programm läuft die größe des weckloses jetzt festgelegt ich könnte jetzt meine programm logik so gestalten dass er während des programm läuft speicherplatz reservieren kann ich habe ja gesagt für jeden speicherplatz hat sie jede speicherzelle gibt es eine eindeutige adresse für diesen relativ mir in der regel namen wenn ich jetzt was dynamisches habe während das programm läuft und während das programm läuft speicher reserviert werden kann dann habe ich einen nachteil ich kann dynamisch keine variablen namen vergeben ich kann ja nicht sagen benutzer ich möchte jetzt speicher für dich reservieren wie soll dieser speicherplatz bitte heißen damit ich damit arbeiten kann ist schon ein bisschen blödsinn für ihn uns intern haben wir das so gemacht konnten damit arbeiten aber wenn es dynamisch sein soll haben wir keine speicher keine bezeichner für diesen speicherplatz wir haben nur diese adressen und das ist der grund warum wir manchmal auf die adressen zurückgreifen müssen wenn ich jetzt dynamisch hier vektor was ablegen möchte habe ich zwar den vorteil dass ich sagen kann zahlen punkt die funktion pushback aufrufe und an dem sage hier du kriegst eine 5 jetzt rein gepusht dynamisch habe ich jetzt während das programm läuft entsprechend 15 reingebracht und der hat entsprechend intern nichts anders gemacht wie in seiner liste das erste element praktisch eine referenz auf die fünf gemacht in zum beispiel ist dieses speicherplatz frei da der ist dynamisch 15 abgelegt gerade dort wo was frei ist und die adresse dazu hat er einfach den vektor mitgegeben gesagt vektor mal zu deine fünf liegt jetzt hier an der adresse xy z das mache ich mal so wenn das mal einfach so ab so im groben wenn wir wir können auch bewusst was machen wir können auch sagen okay ich erzeugen meinten zeiger man muss ja nicht unbedingt vektor benutzt man kann ja auch sowas machen zahlen da habe ich einen zeiger aus auf zahlen und hier sage ich jetzt nichts anderes wie zahlen gleich new int array da habe ich natürlich jetzt einen kleinen fehler da müsste ich glaube ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich eine größe angeben muss ja so jetzt habe ich hier ein im hiebspeicher also im speicher ein array von größe 5 reserviert zahlen selbst ist nicht die liste das ist nur eine adresse ein zeiger auf diese liste die dynamisch erzeugt wurde die liegt diese liste die im hieb also alles was ich dynamisch erzeugt liegt übrigens im hiebspeicher das ist ein extra speicherplatz der uns frei zur verfügung steht und dort wurde jetzt ein array mit der größe 5 erzeugt und ihr seht ihr schon hier steht nur int 5 da habe ich keinen variablen namen der new operator sorgt dafür dass er ein integer von größe 5 also fünf integer hintereinander als byte 5 mal 4 bei 20 byte reserviert und diesen speicherplatz der hat ja an der anfangsadresse und die liefert uns new zurück und über den zuweisungsoperator wissen zahlen abgelegt da sind wir schon zum thema bei thema zeiger was denn zeiger sind da verweise ich gern auf mein video ich glaube c plus plus tutorial a bis z video nummer 23 müsste das sein da wird erklärt was zeiger sind und dort habe ich also im prinzip erklärt dass das hier nichts anderes wie auch eine variable ist nur eine besondere variable was kann die aufnehmen die kann adressen aufnehmen die kann diese komischen hexadeximal zahlen aufnehmen genau das kann der jetzt speichern das heißt ich kann jetzt nicht nur über den namen beim bezeichner mit ihrer speicherzelle arbeiten sondern über die adresse mit der speicherzelle arbeiten wenn ich jetzt beispielsweise hier integer größe 2 reserviert hätte dann hätte er zum beispiel hier diese zwei zellen die jetzt leer sind und reserviert und die adresse der uns zurückgeliefert und in zahlen abgelegt der kann nämlich sowas speichern jetzt können wir nämlich über zahlen mit diesen speicherzellen arbeiten zahlen ist nämlich ein zeiger auf eine referenz auf diese speicherzellen letztendlich kann man auch sagen dass das einfach jetzt der bezeichner ist für diese speicherzelle okay aber wir haben ja hier ein int von größe 2 das heißt ich kann jetzt über zahlen auch auf diese element zugreifen der startwert des race dynamischen speicher liegt das hat zahlen das ist dieser hier aber wir können auch auf dieses zelle zugreifen und dafür haben wir keine keinen namen wir können hier zeiger arithmetik anwenden sagen zahlen springen einfach um ein speicher einmal vier byte weiter und holen wir diese den inhalt hier das geht weil er entsprechend auf diese adresse die er hat zahlen hat sich diese adresse gespeichert einfach vier byte hinzu addiert und zeigt zwangsläufig dann auf diese adresse und dann holt er sich den inhalt raus das ist ein bisschen ein eigenes thema für sich also ich würde empfehlen hier einfach kapitel 23 video nummer 23 anzuschauen thema zeiger ich denke mal da habe ich das relativ gut erklärt also das sind als zeiger sind nichts anderes wie spezielle variablen die eben nicht werte speichern wie ein integer variabler die 55 zum beispiel ablegen kann sondern zeiger sind entsprechend variablen die diese hexadezimal zahl speichern können das heißt sowas die würde dann liegen liegen gehen wir davon aus ich habe jetzt die variablen namen zahlen das selbst hat auch eine eigene adresse das wird auch im speicher reserviert hat zum beispiel diese adresse die ich habe hier jetzt eine variablen zahlen ich mache das mal ein bisschen anders ich mache das mal so jetzt habe ich nichts anderes gesagt dass er bitte das ist jetzt eine adresse dann tue ich mal einfach irgendwo im hiebspeicher das hier dann kann ich mal gucken dass ich da ein bisschen was vorbereitet das kommt dahin mache ich das mal am besten so da noch ein balken und da noch ein balken und da könnte ich ja zum beispiel fünf ablegen so ich habe hier nichts anderes gesagt wie hör mal zu deklarieren wir mal eine variable das zahlen heißt das ist aber ein zeiger von int das heißt nichts anderes du kannst jetzt integer adressen speichern also eine adresse auf einen integer so viel erstmal dazu aber ist eine variable es kann werte speichern und zwar adressen fertig mehr müssen erst mal gar nicht wissen was ich im gleichen schritt noch mache ist ich definiere er noch zusätzlich deklariere nicht nur ich initialisiere zahlen noch indem ich sage new int der befehl new tut jetzt im hiebspeicher ein int reservieren ein integer der compiler weiß integer entspricht in vier byte das heißt irgendwo im hiebspeicher reserviere ich mir jetzt eine speicherbereich von 4 byte 4 byte 32 bit wenn ich auf ein 32 bit system bin habe ich ein speicher segment von 32 bit größe dementsprechend passt das hier von erklärung sehr gut zusammen und das ist jetzt im speicher reserviert das ist zum beispiel diese adresse die fünf steht doch nicht gar nicht drin diese adresse habe ich ja hier reserviert willkürlich wo gerade was frei ist und das wird dann über new zurück liefert und hier in zahlen zugewiesen gleichen zahlen seht ihr ja das heißt diese adresse wird direkt in zahlen reingeschrieben das wäre dieser inhalt von zahlen das heißt hier haben wir jetzt die variable zahlen und er hat gespeichert eine adresse wenn wir uns jetzt die adresse angucken ach die ist hier könnten wir hier etwas ablegen und was ablegen ein string einen character ein integer natürlich weil ich ja gesagt habe du bist ein typ integer das heißt für diesen bereich weiß der compiler ok es ich habe zwar kein variabelnamen dafür aber ich weiß dass es ein typ int ist das heißt ich würde dann am besten hier hinten das schon schreiben du bist ein typ int zeiger und du bist ein typ int und alle kann er jetzt werte ablegen integer werte wie mache ich das naja gut ich greife erst mal auf zahlen zu wenn ich das so machen würde würde ich zahlen versuchen zu überschreiben und es geht nicht wir kommen bei der mosat hier schon und sagt hier ein wert von typ int stern kann keine identität von typ int zugewiesen also in einer identität von in stern zugewiesen werden in stern ist ein zahlen ich versuche hier ein integer zu in stern zuzuweisen es geht nicht zahlen kann nur adressen speichern wie mache ich das jetzt und da gibt es natürlich wie ich es eben erwähnt habe kapitel video nummer 23 zeiger da wird erklärt da kann ich zahlen einfach die referenzieren wenn ich davor noch in stern schreibe heißt es nichts anderes geh mal hier diese adresse die du ja gespeichert hast das greife ich da greife über allein über den namen zahlen drauf zu und diese adresse das nimmst du mir bitte und dann verweist du mal dorthin ich gucke mir die adresse an die ist hier da greife jetzt rein und da möchte ich jetzt die fünf ablegen das heißt mit diesem ausdruck mache ich nichts anderes als in zahlen reinzugreifen die adresse zu holen nachzuschauen wo die ist und da die fünf abzulegen das ist alles das sind zeiger das sind adressen jeder variable ob es zeiger sind ob es objekte später sind instanzen oder einfache variablen jedes speicher segment hat eine eigene adresse damit können wir arbeiten wie bisher implizit praktisch machen ich habe zahlen nicht direkt eine adresse zugewiesen dass darum hat sich nie gekümmert ich kann natürlich auch hergehen und sowas machen int zahl jetzt reserviere ich mir jetzt ein int zahl gibt dem den wert fünf das heißt hier habe ich tatsächlich eine zahl mit der wert fünf reserviert gehen wir davon aus dass wäre hier diese speicher zelle gewesen das ist ein typ int ich habe hier eine zeiger deklariert das sehen wir an dem stern hier der ist auch irgendwo im speicher abgelegt das ist zum beispiel dieser bereich hier zahlen ist nicht initialisiert das heißt irgendetwas willkürliches hier drin damit wir immer sauber programmieren initialisieren wir auch das heißt gleich null in c plus plus 11 version macht man es eher nahe pointe da sieht man eindeutig dass nahe pointe ist ein zeiger der auf nichts zeigt sozusagen das würde dann so aussehen dass er praktisch hier eine adresse speichert und es wäre die typische null adresse das wäre das hier nahe pointe als adresse null die gibt es auch so das heißt ich habe sie definiert und hier die die auch initialisiert da liegt dann auch tatsächlich fünf ab zahl hat auch eine adresse deswegen diese eindeutig kann diese adresse über namen zahl ansprechen aber notfalls auch über diese adresse aber die kenne ich ja gar nicht wie komme ich jetzt zum gucken auf diese adresse zahlen ist ein zeiger auch der besitzt eine adresse die ist auch irgendwie das ist die hier beispielsweise und ist die hier viel zahl ich könnte dann hergehen mir die adresse von zahlen ermitteln ich könnte auch die adresse von zahl ermitteln und da gibt es auch einen operator das dieser kaufmanns und wenn ich sage zahl dann speicher ich greife ich automatisch auf den inhalt zu hier auf diesen werte bereich nenne ich das mal wenn ich aber und zahl schreibe ist ein operator der mir sagt ich möchte die adresse haben das heißt dass da jetzt bin ich in diesem bereich das kann ich zeigen nämlich einfach sie auch zahl mache und zahl ausgebe und wir gucken uns mal an was da ausgegeben wird für das programm aus und wir sehen gleich hier habe ich eine adresse das ist gerade lokal die adresse von zahl bei mir das kann bei euch anders sein wenn ich das programm beenden noch mal neu starte dann kann die adresse sich auch ändern das liegt einfach daran dass gerade willkürlich wo gerade speicherplatz frei ist der compiler entsprechend irgendwo im freien bereich das betriebssystem irgendwo im freien bereich gerade mein programm ablegt im speicher deswegen ändert sich auch die zahl dauernd ich kann also selten wirklich gleich sein soll also nur verdeutlichen so greife auf die adresse zu und das ist hier fiktiv einfach mal diese adresse gewählt und fiktiv einfach diese adresse das einfach mal so gemacht worden nur dass man das hier das euch klar wird wie das ganze funktioniert so wenn ich doch sage zahlen ist ein zeiger von typ int er kann zeiger adressen von integer speichern dann muss ich natürlich erst mal gucken habe ich irgendwo eine integer das habe ich hier das heißt ich hole mir jetzt mal die adresse von zahl und weiß die mal zahlen zu das geht ja und wie weiß ich einer variablen wert zu indem ich den variablen namen den bezeichner direkt anspreche ohne irgendwelche operatoren anzuheften da tue ich auf den inhalt bereich werte bereich zugreifen das möchte ich möchte ich ja bei zahlen gerade machen da soll eine adresse abgelegt werden und zwar die von zahl das hier soll hier drin stehen genau das ist die aufgabe von pointer der kann das der kann genau diese adresse hier aufnehmen und das mache ich jetzt indem ich sage zahlen ist gleich adresse zahl jetzt steckt in zahlen die adresse von zahl drin das heißt ich kann über zahlen hier auf zahl zugreifen so einfach ist das schon will ich jetzt nicht zahl gleich neue wert zuweisen sondern über zahlen also ich könnte jetzt sagen ich zeige einen neuen wert gleich 9 aber das möchte ich nicht ich möchte gerne über zahlen darauf zugreifen habe ich ja vorhin kurz gezeigt ich muss dann um die adresse zu sagen dass ich über die adresse hier rein möchte muss ich einfach sagen die referenziere mir mal die adresse die adresse ist eine referenz auf einen anderen speicherbereich mehr ist es eigentlich gar nicht diese adresse ist eine referenz auf was anderes eine referenz hier drauf und ich möchte gerne dahin gehen das heißt ich die referenziere sage sternen zahlen und dann funktioniert das auch schon das heißt ich gebe jetzt zahl aus nicht zahlen und dann bin mal gespannt ob ich über zahlen zahl verändert habe ein klein fürs mal aus ich müsste jetzt einen neuen habe ich auch das sind zeiger das sind adressen die frage was waren natürlich noch was sind bitte felder da gibt es natürlich programmier sprachen oder allgemein besprochen sind felder eigentlich irgendwie auch variablen von klassen jede klasse die man programmiert die gibt man natürlich auch variablen auch eigenschaften genannt klasseneigenschaften werden allgemein als felder bezeichnet aber ich gehe mal von aus die frage war hier geht mehr richtung ja gut felder ist ein ziemlich ungenauer begriff aber in der regel wenn man von feldern spricht spricht man eigentlich von arrays beziehungsweise vektoren ein feld ist letzten endes ein array aus mehreren werten was ist ein array wenn ein array 6 anders wie eine ansammlung von mehreren elementen des gleichen types hier in a ist ein integer namens a will ich jetzt mehrere integer in dieser liste sag ich jetzt mal speichern kann ich sowas machen ein array oder ein vektor benutzen oder auch eine liste ist letzten endes auch ein feld also fällt das sind nichts anderes wie race in der regel vektor sind liste da habe ich auch in liste 1 hat beispielsweise zehn elemente bei er ist habe ich den nachteil da muss ich ist dass es statisch ich muss die anfangsgröße der liste mit angeben vektor ist dynamisch die kann ich jederzeit während das programm läuft immer wieder anpassen die größe also ändern so was gibt es noch es gibt noch mehrere es gibt mehr es gibt in die klasse list und so weiter und so fort letzten endes ist nichts anderes wie ja wie gesagt im speicher wird es dann so aussehen dass ich sage ich will jetzt ein array definieren das nenne ich a von fünf elementen das würde es dann so aussehen dass entsprechend her geht der compiler und entsprechend fünf bytes hintereinander reserviert und ich sagte ein array von int das heißt fünf mal vier byte so und das alles gehört zu unserem feld a wenn ich das jetzt so machen würde ich schreibe noch die deklaration hin int a5 fertig dann hat er gesagt okay im speicher liegt jetzt ein a ab das heißt a ist eine variable für einen speicher bereich 0x 0 0 f f f f f c f beispielsweise c 0 habe ich das ungefähr gleich damit es ungefähr authentisch wirkt dann habe ich gesagt vier byte weiter vier byte weiter vier byte weiter ich komme gleich zu den adressen vier byte weiter vier byte weiter zwölf ist dann entsprechend 89 abc müsste das sein cdf und dann überlauf das heißt 0 und dadurch dann ein f so ungefähr müsste es dann sein vier byte weiter jeweils vier byte weiter jeweils vier byte weiter jeweils im speicher gesehen dass im speicher betrachtet bedeutet letztendlich vier bytes vier mal fünf fünf mal vier bytes hintereinander damit ich entsprechend wenn ich einfach von der adresse vier bytes weiter springen die nächste habe so funktioniert letztendlich arrays und da könnte ich jetzt hier ein wert ablegen da ein wert ablegen da ein wert ablegen da ein wert ablegen da einen wert und so weiter und das heißt also ich brauche keine fünf variablen namen oder fünf variablen sondern ich habe nur einen einzigen variablen namen über den ich praktisch über diesen namen auf die einzelnen felder zugreifen kann fällt index 1 index 2 index 3 index 4 index 5 ich sagte felder letztendlich habe ich nur ein feld ein array ist ein feld und dieses feld besteht aus fünf elementen ja genau aus fünf elementen so das verstehe ich unter felder also wenn ich den begriff felder gehört habe hieß es bei uns immer das sind arrays beziehungsweise vektoren in einigen programmieren sprachen benutzt man gerne den begriff vektor in c plus plus hört man eher den begriff array beziehungsweise feld wenn man objekt orientierte rein objekt orientiert programmiert wie c sharp dann hört man von felder feld und felder im sinne von klasseneigenschaften ja das ist halt immer so eine sache man weiß halt immer so eine definitions sache die begriffe aber das ist wirklich ein array und das ist eindeutig ein feld ist halt nicht ganz wirklich so eindeutig kommt darauf an woran und woran man gerade ist und wie das gemeint ist fällt da muss man immer wieder nachhaken das heißt wenn ihr wissen wollt was wir gefällt ist dann würde ich gerne bitten mir genauere details zu sagen in welchem zusammenhang ihr das denn wissen möchtet gut ich habe jetzt erklärt was pointer sind also zeiger sind ich habe erklärt was adressen sind und was felder sind also ich denke mal ich hoffe es reicht hier an der stelle das video wurde auch wieder bisschen lang oder nicht wie auch immer vieles vielen dank hier an der stelle wieder fürs zuschauen wenn fragen sind könnt ihr gerne fragen wenn das hier noch unklar war gerne wieder fragt einfach ich werde gucken dass ich das anders erkläre gut das zu felder wie war es noch mal adresse zeige nie quatsch adresse genau adressen zeiger und felder vielen dank danke fürs fragen dann fürs zuschauen und bis zum nächsten mal